Hab ich das mal gespielt? Das war doch für irgendein Contest, oder? Rufkagsachen Ich kenn 99% der Spiele nicht Ach du... Du bist ja auch kein Maßstab Ich spiel nur schlechte Spiele, ich weiß Hey, Choices Was von Jack? Was Jack? Ich war Tilde, Jack Tilde, oder? Einheit bringt schon mal die Weisheit über uns Das Spiel ist schlecht Ja, nächstes Tilde, das ist dein Running Kick, oder wie? Nö, ein, ihr habt schon seit 15 Minuten nicht mehr witzig, ich höre lieber auch damit 2006 Das ist ja sogar richtig neu, verhältnismäßig Was kommt denn danach? CRYSTALLIZATION Sagt mir gar nix Wie du jetzt schon schaust, was als nächstes kommt Wir spielen doch keine Minute Ja Ja Das spricht doch für's Spiel, oder? Ja Gott, das Spiel will uns speichern lassen Ich kann nichts Gutes heißen Ich kann nichts Gutes heißen Ich kann nichts Gutes heißen Klatsch! Auferfresse! Einheit Welches Spiel kennst du eigentlich nicht? Oh Gott, Smilies Oh Gott, Smilies Smilies in einem In einer Textbox Das passt nicht Das passt überhaupt nicht Noch mehr Smilies Das ist das Z borderine Wa Sepäen Fords Das ist das RTP Musik im Hintergrund. Ist doch schön. Gibt's was Besseres als RTP Musik? Also ich hab so das Gefühl, es geht hier nur darum, die richtige Auswahl zu treffen oder so. Ja, das ist kein richtiges Spiel. Warum bist du nur so gemein zu mir? Es ist mein Job. Ich hab grüne Haare. Ich darf das. Ja, schau die Regeln. Ich hab grüne Haare. Diese Stille. Ja, CSG red mit uns. Das ist grad so spannend, das Spiel. Erzähl uns, wann Glassworld fertig wird. Das ist fertig, aber ihr kriegt das alle nicht. Jetzt stress doch mal nicht so. Doch. Wir haben doch noch nix von diesem eblichen... so unglaublich wütend und aggressiv. RTP Musik macht dich aggressiv. Gut zu wissen. Dann solltest du ihm erst rechts out. zu Cyan zeigen. Nein, wir spielen keine schlechten Spiele in diesem Stream. Ja, dann halt kein Cyan. Warum haben die APGs nur so viel Text? Ich will einfach irgendwelche Sachen in die Luft sprengen. Du glaubst doch nicht wirklich, dass Xehan noch mal irgendwann fertig wird, Einheit. Und wir wissen das, Xehan. Karnas. Kenn ich nicht. Nee, ist auch schon ewig nicht mehr aktiv. Xehan ist ein Charakter in League of Legends. Ja, League of Legends. Spiel lieber Dota. Nö. Nö. Spielt einfach alles, Dark Red. Den ersten Teil. Richtig, ja. D'accord, hat jemand Lust? Super Mike, verstanden. Super Mike ist toll. Und nicht das Holz vergessen. Holz! So, Täune und Truhen. Holz! Was ist eigentlich die letzte Schlacht der Elfen? Alte macht ihn schlecht. Okay. Ich würde dich gerade fragen, ob es genau das ist. Also ich habe das einzige Teil gespielt, aber die sollen wie alte Macht sein. Der Unterschied ist ja einfach, dass die Jahre später erschienen sind und irgendwie besser sein sollten. Aber Einheit. Einheit will gegen die Star Wars spielen? Los, wir streamen das. Einheit gegen CSG, das ist ein Megamatch. Ein Taler kommentiert. Nee. Versuch mal's weg. Oh Gott, Ranarion ist da. Was? Oh mein Gott. Ranarion ist da. Was los, Ranarion? Warum spielt ihr nicht mehr euer Guild, euer... Nee, was war das? Tortschleid. Wenn wir die Fortrechtsverber verkackt sind. Wer hätte das gedacht? Also wundern würd's mich nicht, ich weiß es nicht. Wollen wir Ranarion dazu holen? Ist mir egal. Dein Stream. Richtig, Taler, alles deine Entscheidung. Töte mal so ein Zock. Ich guck wieder so ein Ninja in Weid hier. Das ist kein Mensch, Schatz. Da sieht ja auch einfach zufällig irgendwelche Leute. Ist gut, dass das einer in Weid derjenige machen kann. Sonst könnte ich ja auch irgendwen in Weiden. Ah Gott, ey, diese Musik. Es gibt ja durchaus im RTP einige Stücke, die gut sind. Ja, Game Over Team zum Beispiel. Das ist das Team, das wir alle holen wollen. Ich habe keine Ahnung, Indy, was der Tod hier macht. Ich hab nicht aufgepasst. Ich auch nicht, ich war auf den Chat konzentriert und dann waren schon wieder zehn Textboxen weg. Warnung. Geh weg. Ich hasse Tutorials. Und aktiviert. Das heißt, du kannst das Spiel jetzt beenden. Ja komm, was für ein Kampfsystem hat das Spiel? Ja, das haben wir doch vorhin schon gesehen, das... Standard... APG Maker 2000 Kampfsystem. Ficken. Ich höre Kampfmusik, aber ich sehe einfach nur eine Weltkarte. Was passiert hier? Ich glaube, ich muss euch echt den Spielton wegnehmen. Oh, jetzt kommt ein Kampf und jetzt höre ich wieder ruhige Weltkartenmusik. Ich muss mal einstellen, dass ihr den Spielton und das Bild gleichzeitig kriegt. Glaubst du, dass das irgendwie möglich ist? Du kannst ja noch nebenbei über Skype deinen Bildschirm streamen, dann gucken wir dazu. Keine Ahnung, wie das geht. Ernsthaft, ich habe mich mit Skype noch nicht länger als fünf Minuten beschäftigt. Dieses Faceset und dann dazu diese Ausdrucksweise. Es ist einfach nicht funktioniert und passt überhaupt. Juhu, ich habe den ersten Boss gefunden. Das Spiel ist so spannend, ich muss mal aufs Örtchen. Viel Spaß dabei. Bring was zum Spielen mit. Ja. Unglaublich eklig, dieser Spruch gerade war. Ja. Wie interessiert der Text. Oh, die Mächte der Shift-Taste wurden freigesetzt. Ja. Was? Das letzte Mal eingesetzt während Alte macht. Gratulation, du hängst... Das Spiel ist so spannend, ich glaube, wir müssen das unterbrechen. Ja, ich würde sagen, wir spielen das nächste. Wolle. Ja. Ja. Vielen Dank.